Produzent Max Ernst Assistent Jean Niedermann Buch und Regie wurde eingebrockt und ausgelöffelt von Hans Mehringer. Der Regisseur Hans Mehringer stösst wenig später zum Team. Mit seinem Ideenreichtum und seinen gestalterischen Fähigkeiten prägt er die ersten Jahre der Schweizer Fernsehunterhaltung wie kein anderer. Seine erste abendfüllende Unterhaltungsshow inszeniert er 1960. Das Showboat. Guten Abend, liebe Landratten. Ich erlaube mir, Sie so zu nennen, weil ich zur festen Besatzung unseres Showboaters gehöre, das heute seine erste Fahrt unternommen hat. Die Schiffsbesatzung unterhält die Passagiere zu Hause mit Musik, Tanz und humoristischen Einlagen. Ihr Männer seid doch alle gleich. Bis heute typische Elemente jeder Samstagabendshow. Im Gegenteil, im Gegenteil, ich bin ja für die Ehe, wenn ich auch mal so dann und wann nach anderen Mädchen sehe. Das macht doch nichts, im Gegenteil, bin ich in deiner Nähe. Dann fühle ich mich in der Tat als Heiratskandidat. Gib mir noch einen Zug aus deiner Zigarette. Schau unter unserem Fenster, der Hafen mit den bunten Lichtern. Da drüben in der Bar, aus der die Musik herüberkommt, hab ich in den letzten Monaten jede Nacht gesessen und mit fremden Matrosen getanzt. Ein Schiff wird kommen und das bringt mir den einen, den ich so lieb wie keinen und der mich glücklich macht. Ein Schiff wird kommen und meinen Traum erfüllen und meine Sehnsucht stiehlen, die Sehnsucht mancher macht. Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017